Musik Dragon Wars gegen Fallout 3 und Half-Lug 2 ist auch dabei Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr Anschluss 2 gegen Halo Reach Manche Duelle sind echt ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus Wem mach ich denn da was vor? Ah ha 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 Ich hör Last Game Stand in den Podcast Der Schiffer und der All, die wissen gar nichts Last Game Standing, bisschen rotzig Aber ich hör trotzdem jede fucking Folge Last Game Standing Yeah, yeah, yeah Alf und Schiffer Yeah, yeah, yeah Alf und Schiffer Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des World Wide Webs befindet sich Christian Alt Hallo, hier ist die Omikron-Variante unter den deutschen Spiele-Podcasts Bist du die Omikron-Variante oder bist du jetzt die neue Sub-Variante vom Omikron-Variante? Das ist ein völlig überschätztes und verbuggtes Vampir-Kack-Spiel hier ins Das ist doch gar nicht mehr verbuggt Das ist doch nicht mehr verbuggt Das ist seit 2009 oder so nicht mehr verbuggt Und vollkommen okay Ja, ja, ja Also Wir befinden uns In der In der Staffel von Last Game Standing In der wir das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen Und wir werden ja öfter mal gebeten Last Game Standing zu erklären Was wir hier tun ist Wir lassen Spiele gegeneinander antreten Im Turnierverfahren Heute stehen sich eben Vampire The Masquerade Bloodlines Gegenüber Mein Gott, allein dieser Titel schon Sorry, furchtbar Und Ultima 7 The Black Gate Gegenüber Weil da war ich etwas unpräzise Bei der Auslösung Ich hab einfach nur Ultima 7 gesagt Aber Ultima 7 sind ja eigentlich zwei Spiele Aber natürlich meint man in der Regel Black Gate Wobei natürlich Serpent Eye Auch ein fantastisches Spiel ist Diese zwei Spiele stehen sich heute gegenüber Wir befinden uns im Achtelfinale Und das Spiel, das dann weiterkommt Steht dann im Viertelfinale Gegen irgendein anderes Spiel Das ich jetzt nicht nachschauen kann Weil ich den Turnierbaum nicht aufhabe Den tue ich mit ins Forum kleben Und ihr stimmt darüber ab Welches Spiel weiterkommt So Also Ultima 7 Gegen Vampire The Masquerade Bloodlines Christian Ist das Ein interessantes Duell? Nein Leute können ich es direkt ausmachen Weil es ist kein interessantes Duell Weil Okay Kleiner Test Geht doch bitte mal jetzt auf Google Tippt mal Ultima 7 The Black Gate ein Und dann geht ihr mal Nicht auf irgendwelche Auf die erste Seite Sondern oben im Reiter auf Bilder Und dann schaut ihr euch diesen Scheiß Einfach mal an Boah Was für ein Unsinn Was für ein Unsinn Das ist Feinste Astreine VGA Grafik Die da präsentiert wird Was ist Das war Das war Damals tatsächlich Ultima 7 Also dass du da eine riesige Welt hast Die quasi ohne Lade Ohne Ladepausen Dargestellt wird Ich meine du hast Letztens Letztens Also bei der ersten Begegnung Als hier Da hast du hier Die Elder Scrolls Morrowinds in den Himmel gelobt Weil es drei coole Wassereffekte hat Ja Und dagegen Ja also Ultima 7 war damals Eine technische Sensation Fantastische Pixelkunst Bis heute kann man sich das gut anschauen Mega guter Sound Aus dem Soundblaster Mein Lieber Ja Superspiel Nein Nein Das Ding ist ja Das Ding ist ja Das war bester Bester Soundkartentreiber Ja Adlib natürlich Das war ja Also ich bin ja in der Zeitkurs geworden Da gab es drei Soundkarten Das war Adlib Soundblaster Und Roland Irgendwas Und dieses Roland Ding Hat halt 500 Mark Oder sowas gekauft Das hatten dann so Da hat man nur mal so gehört Im Schulhof Das Angeblich hat der Typ Aus der siebten Klasse Ne Roland Und so Naja Also Roland ist ja auch Bis heute Absolut legendärer Synthesizer Hersteller Der Roland 808 Ist der Synthesizer Ja Also so eine Roland Karte zu haben War zu meinen Zeiten Dasselbe zu haben Wie ein Neo Geo Oder sowas Ja Das waren halt so Sachen Die hatte eigentlich Niemand von denen Hat man nur in der Powerplay gelesen Ich finde es immer noch Ein bisschen witzig Dass sich ein japanisches Unternehmen Ausgerechnet Roland Sollte man sofort wegen Culture Appropriation Sorry Also Weißt du was ich ja sehr interessant finde Christian Wir sprechen ja nicht das erste Mal Über Ultima 7 Irgendwann In irgendeiner Staffel Von Last Games Den hat dich Ultima 7 Schon mal nominiert Ja aber so Schicksalsklinge Oder Nee das ist Nee nee Das ist wirklich Mein Gott Diese Ahnungslosigkeit Das ist so furchtbar Kannst du nicht das schwarze Auge Allen erstes mit Schicksalsklinge Das ist wie Mit Ultima 7 Das ist wie wenn du Star Wars Mit Raum Patrouille Orion Oder so vergleichst Also das ist wirklich Das ist wirklich absurd Und ich weiß nicht mehr Ich hatte das irgendwo Ich glaube das war Das war glaube ich Das beste Spielejahr Beste Spielejahr Genau Okay Weil da ist nämlich etwas passiert Da hast du nämlich damals gesagt Also mit Ultima 7 Kannst du nichts anfangen Und ich weiß noch Deine Worte haben sich mir eingebrannt Weil die tatsächlich Einen fundamentalen Wandel In unserem Verhältnis Zueinander markieren Du hast nämlich gesagt Ultima 7 Da könntest du nichts mit anfangen Das sei so doof von der Steuerung Das wäre so schlecht lesbar Und ab diesem Zeitpunkt Also ich sag mal so Da begann Zweifel An deiner Spielekompetenz An mir zu nagen Zweifel Die sich in den nächsten Drei, vier Jahren Als sehr berechtigt Herausstellen sollen Natürlich Ja Genau Abgesehen davon Dass natürlich Also dieses Schwer lesbar Nur weil du da halt mal Hier Irgendwie Ein Stay Forever Wort Hier in Diesen Podcast Mit reinschmuggeln wolltest Das ist natürlich Eine sehr abwegige Meinung Ich möchte mal ein bisschen Was über Ultima 7 Erzählen Also Ultima 7 Stammt von Richard Garriott Der Ja Die ganze Ultima Serie Eigentlich aus der Taufe Gehoben hat Ein Typ aus Texas Dessen Vater Glaube ich Astronaut War Und der Angefangen hat Ich habe ihn mal Interviewt Erzählt Wie er halt in kleinen Tüten So Glarsichtfolien Seine Spiele Verkauft hat Und er hat das Erstaunlich gut funktioniert Und das Spiel damals Glaube ich War glaube ich Nicht Ultima 1 Sondern nochmal Eins davor Also das Doch nicht Ultima Hieß Und Damit begründete er Eine der erfolgreichsten Rollenspielserien Aller Zeiten Und vor allem Eine der prägenden Rollenspielserien Der 80er und 90er Jahre Also das ist so Also diese ganze Story Ist Wahnsinn Es ist so abgefahren Diese ganze Welt auch Ich hätte ja eigentlich Gern Eine Hochglanz HBO Serie Nur über Origin Systems Also Origin Systems Das steht hier Auf meinem Zettel hier steht Ohne Scheiß Christian Alt erklären Wie geil Origins war Und Das muss ich Und jetzt bin ich ja doch Jetzt Also langsam Schließt sich meine Wunde Die du damals geschlagen hast Als du gesagt hast Ultima 7 sei so schwer lesbar Indem du jetzt ja Origin Systems Offensichtlich Positiv Zugeneigt bist Sagen wir mal so Also ich habe Einfach Sehr sehr großen Respekt Vor diesem Entwickler Und vor Richard Garriott Ich finde das einfach Komplett Also diese ganze 80er Jahre Welt Der Spieleentwicklung Finde ich einfach Unglaublich faszinierend So Also ich stelle mir dann so vor Wie Leute Auf In schlecht ausgeleuchteten Büros Rothändler rauchen Und irgendwie Zehn Tassen Schwarzen Kaffee trinken Um halt noch Ein geiles Pixel Ding Noch da Rauf zu schubsen Und so Also Das ist schon geil Das Ding ist Es gibt da ja durchaus Eine Kontinuität Weil Origin Systems Waren immer die Die Spiele gemacht haben Die auf deinem Rechner Nicht liefen Oder wenn dann nur so Indem du halt bei der Autoexec But Und Confix Sys Den Sound Abgeschaltet hast So hab ich So hab ich Ultima 7 Zum Laufen bekommen Ja Also irgendwie Und dann noch Ruckblick Weil die haben halt Immer die Grenzen Des technisch Machbaren Sehr weit Ausgelotet Und ausgedehnt Ähm Ich kann mich noch erinnern An eine Powerplay Ausgabe Da war Wing Commander drin Und da meinte der Typ So in seinem Wertungskasten Ist ein super Spiel Ist aber auch ein Spiel Das man mal Leuten zeigen kann Äh Wenn die mal Wenn man mal Gäste zu Hause hat Und man denen einfach mal zeigen kann Was der eigene PC so leistet Weißt du so Solche Spiele haben die gemacht Und Zu Origin Systems gehörte Und das muss man sich wirklich mal Auf der Zunge zergehen lassen Richard Garriott Warren Spector Und Chris Roberts Also diese drei Und Chris Roberts hat eben Ähm Hat eben Hat eben Wing Commander gemacht Das war eben diese Äh Ja Weltraum Shooter Serie Äh Die eben Technisch halt Den PC Die wirklich alles Abverlangt hat Und dann eben so Das waren dann auch die ersten Die dann mit Mit richtigen Schauspielern Und so Wing Commander 3 Damals das teuerste Spiel Aller Zeit Wing Commander 4 Nochmal doppelt so teuer Mit echten Kulissen Und so weiter Und deswegen ist es kein Wunder Also Chris Roberts hat das immer gemacht Und der war immer so Megalomanisch Und deswegen Äh Ist es auch kein Wunder Dass quasi eine direkte Linie Irgendwie auch von Origins Systems halt dann Zu Star Citizen führt Und Der Der Punkt ist, dass Ähm Richard Garriott Durchaus Auch Megalomanisch war Weil Eben dieses Ultima 7 War damals Technisch Atemberaubend Also Wie ich gesagt hatte In der Grafik Pracht damals Ich finde das Spiel Ist gar nicht so schlecht gealtert Tatsächlich wie du sagst Das ist halt Pixel Grafik Aber ich finde das geht Ähm Aber das quasi Eine kontinuierliche Welt Darzustellen Mit eben so Tag und Nacht Rhythmus Mit den Mit den Mit den Tagesabläufen Der einigen Der Der NPCs Von denen es sehr sehr vielen gab Das war halt damals Absolut sensationell Und Ultima 7 Quasi Also Ultima 8 War dann scheiße Aber letztendlich hat dann Richard Garriott das einzig Vernünftige gemacht Nämlich er hatte eine Offene Welt Er hat dann einfach Das Ganze Ins Internet verlagert Und daraus entstand dann Ultima Online Und das war halt Eine unfassbare Cash Cow Und so das erste Würde ich sagen Abendfüllende Richtig große Online-Rollenspiel Überhaupt Ich habe gerade eine geile Zahl gelesen Auf Wikipedia Und zwar Origin Systems Zahl der Mitarbeiter Underworld Zum Beispiel in Gesagt Das ist sehr ähnlich Verschwörungsideologie Jetzt googeln Und eigentlich Scientology Wie gesellschaftliche Probleme aufgreifen Ich sage Ich sage Scientology ist eine tolle Organisation Fantasy Welt Und da muss man wirklich sagen Wie geil Also wie großartig Und eine Sache Und das ist etwas Ich bin der größte Ultima 7 Fan Überhaupt Nicht Christian Schiffer Sondern Sven Finke Sven Finke erzählt regelmäßig Sein größter Einfluss ist Ultima 7 Und eigentlich war sein Ziel immer Ultima 7 nachzubauen So quasi Und tatsächlich ist das Also natürlich Es gab durchaus Probleme Ultima 7 Das ganze Kämpfen ist irgendwie scheiße Und sowas Das hat er eigentlich verbessert Aber eigentlich Eigentlich ist In vielerlei Aspekten Divinity Original Sins Quasi So ein bisschen Die modernisierte Variante Von einem Ultima 7 In gewissen Okay, schön und gut Aber kann man Aber kann man denn dort Bedeutungsvolle Story Entscheidungen treffen Kann man sich so ein bisschen So seinen Weg Durch diese Spielbahn Oder ist es Eher wie so ein Ja, ich hab mich entschieden In Spielen Kämpfer Und jetzt muss ich halt irgendwie Kämpfen Ding Also es spielen Entscheidungen nicht Die ganz große Rolle Aber das ist halt auch Sowas Das kam erst Später Mit Bioware Sehr, sehr stark Also so diese Diese Spiel Also diese Rollenspiele Wo sozusagen Die Entscheidungen So stark Im Vordergrund Stehen Ähm Du hast aber Zumindest Irgendwie halt so Geschichten Also wenn ich mich jetzt Ich mein, das ist jetzt echt lange her Dass ich das gespielt habe Ich hab's auch seitdem Nicht nochmal gespielt Muss dazu sagen Dadurch, weil das so Technisch avanciert war Hat das auch echt gedauert Bis, äh Bis das irgendwie gut gelaufen ist Dann auf modernen PCs Also es gibt ja dieses Projekt Exhult Da ist glaube ich Vor einem Jahr Nochmal eine neue Version Ähm Erschienen Aber ich glaube Es war gar nicht so leicht Das quasi Umzuprogrammieren Dass das quasi Auf modernen Rechnern läuft Ähm Aber Und deswegen hab ich's nicht gespielt Aber du kannst glaube ich Schon irgendwie Sagen wir mal In den Dialogen Dinge entscheiden Und sagen Und entscheiden Was du zumindest sagst Und sowas Ja Weil ich hab ja eine Theorie Willst du mal eine Theorie hören? Ja bitte Äh Wir sprechen immer davon Dass es einen Ganz ganz großen Rollenspiel Winter gab Äh Ab der Mitte der 90er Der dann eben Erst durch Fallout Und durch Bordersgate Dann wieder aufgelöst wurde Und ich glaube Ultima 7 ist schuld Ich geb jetzt einfach mal Ultima 7 die Schuld Dass das stattgefunden hat Weil dieses Spiel Zwar die Perfektion Eines 80er Jahre Gameplays ist Aber In das ganze Genre Nicht die nötigen Äh Neuen Inspirationen gebracht hat Die es Zum Weiterleben Hätte Animieren Äh Brauchen müssen Du verstehst du dich mal Ich hab noch nie So viel Unsinn Also wirklich Das ist Ein Ausmaß An Unsinn Das ist atemberaubend Ich unterstelle das einfach mal Schau mal was passiert hier Der Grund war ja einfach Also es war ja ganz ähnlich Wie mit den Adventuren auch Ja Die Es gab ja sozusagen Eine technische Falle Ich meine es kamen die 3D-Shooter auf Ähm Und das war halt einfach Das Das Genre der Stunde Und das hat halt Erstmal In den Rollenspielen Nicht so richtig gut Funktioniert 3D Oder Also klar Ich meine Ultima Underworld War super Aber Man ist halt glaube ich Diesen Weg nicht weitergegangen Und 2D war halt einfach Erstmal Krass Krass out Und da musste Und da musste erst ein Baldur Skate tatsächlich kommen Und ein Und das Ganze richtig schön Modernisieren Also Ultima 7 war ja schon Ein relativ modernes Also Rollenspiel Es hatte eine Gute Steuerung Tatsächlich Weil das war natürlich Sehr stark Inspiriert von diesem ganzen Drag and Drop Und Windows Ding Und du konntest halt In deinen Rucksack Dinge einfach einpacken Indem du sie mit der Maus Reingeschoben hast Ja das war damals so Geil Ja Oder zum Beispiel Das war dann bei Serpent Isle Wenn du Leuten Was aus deiner Party angezogen hast Dann haben die das richtig angezogen In diesem Du hast das gesehen Und diesen Bildschirm Das war halt Das waren halt sensationelle Sachen Ich verstehe Man merkt Man merkt Diesen Action Also diese Diese Krise Des Rollenspiels Merkst du danach Nämlich bei Ultima 8 Da kommt das nämlich Total durch Da Diesem Spiel merkst du so richtig an Ich weiß nicht Was ich sein will Und ich weiß Ich weiß nicht Was das Was ein modernes Rollenspiel ist Weil Ultima 8 war ja dann ein Rollenspiel Ohne Party Sondern stattdessen mit so Action Einlagen Mit so absurden Jump'n'Run Einlagen Und so weiter und so fort Und das war Das war der eigentliche Sargnagel Und was Und man hat dann später eben bei Ultima 9 wiederum Also das was ich gemeint habe sozusagen Das Genre ist Befindet sich dann irgendwann In einer technischen Sackgasse Ultima 9 ist quasi dann der Versuch Das Ganze in die dritte Dimension zu übersetzen Und es scheitert Es scheitert eigentlich Weil es technisch nicht gut funktioniert Und so weiter Und auch inhaltlich Naja Und Eigentlich war tatsächlich Morrowind so Das Rollenspiel Was halt Die dritte Dimension Mit dem Rollenspiel Eigentlich erst versöhnt Deine These Es tut mir leid Da muss ich Einen Holzpflock Ach ich wollte doch jetzt mal schauen Was du da drauf sagst Ja Also ich Du wolltest einfach mal so richtig schön Schiffer-Splainer Lostreten Ja 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 Können wir doch mal machen Also ich finde das klingt ja alles gut und nett Und so Dein kleines Spielchen da Mit dieser Sehr sehr merkwürdigen Grafik Die ich nicht verstehe Die auch Also die sieht irgendwie aus Als würde man ein Buch von rechts nach links lesen Also Was gibt's denn Ja Man guckt da so drauf Und das ist so nach links Und ich denke mir die ganze Zeit Hey Isometrische Grafik Muss doch andersrum Es ist halt von oben Es ist halt von oben Ja Aber Ja ja klar Es ist so nach links Und links oben Ja klar Aber das sind so Dinge Die hat man halt erst danach herausgefunden Das ist geil Also das ist ja so eine Baldur's Gate Innovation dann eben auch gewesen Und so Aber so dieses Ding Du hast die ganze Welt Und ich meine Das ist ja Das ist halt das Sensationelle Die ganze Welt war Also bei Baldur's Gate Hast du ja diese vollkommen bescheuerten Sachen Dass du da Von einem Waldstück Ins nächste gehst Und dann immer guckst Irgendwie Was ist jetzt schwarz von der Karte Und eigentlich diese Karte aufdeckst Bei Ultima 7 War die War die ganze Karte War da Und das ganze Spiel War theoretisch begebe Also so wie Was weiß ich Ein Gothic Ich hab übrigens vorher Unsinn gesagt Als ich gesagt hab Also Erst wurde 3D Und Rollenspiel mit Dings Das ist natürlich schon bei Gothic passiert Kurze Anmerkung Bevor sich Leute beschweren Ähm Aber das ist Aber das war halt Für die damalige Zeit War das einfach sensationell gut Und Dieses Dieses Open World Gefühl Also diese offene Welt Die damals da war Das war sensationell Ich meine Du hattest ja dann Diese Stoffkarte War ja in der Verpackung Dann hast du dann halt Immer wieder so Also Das war dann geil Weil du konntest dann auch mal So ein bisschen Also es hat War die schöne Ergänzung Eben zu diesem neuen Gedanken Nämlich Hey Das ist eine Stoffkarte Und das was du hier Auf diesem Stück Stoff siehst Da kannst du überall hingehen Wie geil Weißt du wieso ich Bestenlisten mag Und warum Ich deswegen auch diesen Podcast Natürlich mag Den wir zusammen machen Ich mag Bestenlisten Weil Sie so ein So eine Momentar Also weil sie ganz viel Aussagen darüber Was der Zeitgeist Gerade ist Und ich verstehe das total Wenn du hier Ultima 7 The Blackgate Nominieren willst Ich sehe es aber Nicht als bestes Ich sehe es aber nur In dem historischen Kontext Als Nein Vielleicht bestes Rollenspieler Nicht als Grandioser Gewinner Besser wird es nicht Wir können Dinge nie Besser machen Und so Naja aber das ist doch Immer so Ja Aber ich meine auch Nach Vampire The Mascot Bloodlines Sind noch besser Rollenspiele Rausgekommen Aber um hier mal Christian Schiffer zu zitieren Der immer auf der Suche Nach dem Citizen Kane Der Videospiele Ja wo kommt denn der Dann mal Genau Ja das Das weiß ich nicht Aber Es ist Ich meine wir müssen Ich Ich würde sagen Ultima 7 Ist wenn wir Wenn man die Zeit Natürlich ein bisschen Berücksichtigt Ist es Das beste Rollenspiel Einer Zeiten Das Soweit würde ich Glaube ich gehen Ich weiß nicht Ähm Also man müsste Noch mal Also ich Ich glaube So ein Planscape Torment Ist vermutlich Also da würde ich sogar sagen Vermutlich noch ein bisschen Besser Aber vielleicht auch nicht Keine Ahnung Ist natürlich einfach so Die Diskussion Aber Ich glaube Zu sagen Hey Es hat einen falschen Kamerawinkel Ist Irgendwie die falsche Herangehensweise An dieses kulturelle Artefakt Du Du hast ja schon mal mit mir Pro Evo gespielt Und ich bin immer einer Der einfach auf dieser Auf dieser Taste Dran Hämmer Einfach mal so Ein bisschen Hackentrick Und so Einfach mal so Versuchen Ein bisschen ein Bein zu stellen Das bin immer ich Das ist einfach die Rhetorische Variante davon Wollen wir mal schauen Was geht Genau Okay Ja Ja Reden wir doch mal Bei Vampire The Masquerade Bloodlines Was für ein toller Titel Nämlich Was ich eben schon gesagt habe Ähm Dass man eben ein Äh In Ultima 7 Keine tollen Entscheidungen Treffen kann Das gilt eben Für dieses Spiel nicht Äh Also erstmal muss ich erklären Was ist Vampire The Masquerade Bloodlines Das ist der zweite Teil Der Vampire The Masquerade Serie Und ich habe an dem ersten Teil Vampire The Masquerade Eine unglaublich warme Erinnerung Ja Gab's auch in der Software Pyramide Oder? Ja Kann das sein Ich habe das nicht nur in der Software Pyramide Ich habe ja 2002 Einen neuen PC gekauft Einen richtig Richtig geilen Medion Boliden Ähm Redemption Hieß das Ähm Und Dieses Spiel Vampire The Masquerade Redemption Das habe ich ja schon geliebt Also das erste Das erste Das kam nämlich im Mediamarkt Kam das in so einem Sarg In so einem riesigen Pappsarg Und dann habe ich diesen Pappsarg Als Zwölfjähriger Irgendwie mit nach Hause genommen Und habe mich gefühlt wie Wie keine Ahnung König Otto So der Der mit so einem Pappsarg nach Hause kommt Und dann war aller Zipp und Zapp Drin in der Spielepackung Fand ich richtig geil Dieses Spiel So War auch Also ich Der erste Teil steht ja so im Schatten Immer von Teil 2 Und schon auch zu Recht Weil Teil 2 war schon nochmal Die größere Sensation Aber das Teil 1 war einfach ein gutes Solides Rollenspiel Ja Hab das auch gern gespielt Ja Und Teil 1 hat halt auch schon Äh Das Beste an dieser ganzen Spiele-Serie Nämlich Es steckt schon im Titel The Masquerade Die Maskerade Es gibt acht Ähm Vampir-Clans Die in der Jetzt-Zeit Äh Auch noch unterwegs sind Und diese acht Clans Äh Müssen sich eben Vor dem Menschen verstecken Und haben Äh Aufgrund genetischer Veränderungen Über Jahrtausende Des Vampir-Daseins Ganz ganz unterschiedliche Ähm Ähm Charaktereigenschaften Physiognomien Äh Vorlieben Und so weiter Also da sind zum Beispiel Die Brucher Äh Mit dabei Also das sind so die Die richtigen Brutalos Dann sind dann irgendwie Dann sind dann die Äh Wie heißt es Die Toreador Das sind so diese Wie schönen Vampire Die Nosferatu Das sind richtig Abstoßende Figuren Ähm Und diese Vielfalt Das bedeutet Jeder weiß wie ein fucking Auto aussieht Mach einfach ein Auto Da rein So Jeder weiß wie irgendwie Eine Waffe aussieht Mach einfach eine normale Waffe da rein Jeder weiß wie ein Straßenschild aussieht Und so weiter und so fort Und ich glaube das ist äh Das Besondere an diesen Spielen Dass man eben sich nicht Verkünsteln muss Mit Oh Gott Wir müssen noch eine tolle Fantasy Welt Machen und so weiter Und so fort Sondern man hat einfach Eine Welt Äh Die ganz normal ist Und kann sich dafür aber Komplett auf die geilen Charaktereigenschaften Dieser Clans Konzentrieren Und so ist das Spiel Nämlich dann auch Aufgebaut Also ich rede jetzt vom Zweiten Äh Du kannst dieses Spiel Auf unendlich Verschiedene Arten Durchspielen Jeder dieser Jede dieser Clans Das ist eine wichtige Entscheidung Hat ganz eigene Questlines Ganz eigene Möglichkeiten Die Sachen zu lösen Generell kannst du die Quests auf unterschiedliche Weisen Lösen Und das macht Unglaublich viel Spaß Einfach da Durchzugehen Durch dieses Spiel Und das auszutüfteln Also es gibt wenig Spiele mit so großen Wiederspielwert Wie Vampire The Masquerade Bloodlines Und ich glaube Das ist auch der Grund Warum Ich finde Wiederspielwert So überschätzt Ganz ehrlich Ja für ein Spiel Das 2004 rausgekommen ist Äh Finde ich das voll okay So Du kommst hier mit 30 Jahren Wiederspiel Übrigens sieht das So krass scheiße aus Mein Gott Wie bitte Das sieht saugeil aus Das sieht nicht geil aus Das sieht halt aus Wie ein Spiel aus dem Jahr 2004 3D Spiel aus dem Jahr 2004 Da war 3D halt scheiße Doch natürlich Nee das hat hier geil False Engine und so False Engine Ach come on Wenn du findest Dass das geil aussieht Dann würde ich vorschlagen Äh Wäre Taxifahrer In GTA 3 Also Wirklich Weil Also das kann ja nicht Dein Ernst sein Also natürlich würde ich gerne Taxifahrer in GTA 3 sein Warum Was ist das überhaupt für eine Frage Kommst du jetzt hier Und disst ehrliche Jobs Oder was Du Snob Jetzt müssen wir Klassismus Klassismus Ja Klassismus Vorwurf Ja Ja okay gut Ja eigentlich Ja okay Taxifahrer in GTA 3 Okay das ist Ja okay Ja okay Ja aber Nur weil Weil wir beide Taxifahrer in GTA 3 werden wollen Macht das die Grafik Nicht besser in Vampire The Masquerade Aber hast du das Wirklich nur angeschaut Schau das doch mal bitte Im Vergleich Zu dem was sonst noch rausgekommen ist In dem Jahr Die anderen Spiele kannst du gar nicht mehr Also das kannst du dir gar nicht mehr anschauen Da fallen dir die Augen aus Weil das so hässlich ist Und hier Vampire The Masquerade Bloodlines Sieht einfach immer noch geil aus Ja okay Ja Ja Geil Und jetzt dürfen sie halt den zweiten Teil nicht verkacken Und dann geht's mal los hier Ja Ja also ich hab das ja auch sehr gerne gespielt Ich mein natürlich ist das Spiel deutlich schlechter als Ultima 7 Aber Was mich daran Was ich ja immer so ein bisschen problematisch finde Ist halt immer Also du hast jetzt grad gesagt Hey das ist geil Wenn es in der modernen Welt und so spielt Es ist halt immer finde ich Bei Rollenspielen ein Problem Wenn du da Schusswaffen hast Weil entweder Ja doch Weil entweder Entweder du hast halt dieses Ding Hey Man nimmt das Rollenspiel ernst Und obwohl du triffst Macht das dann keinen Schaden Oder Oder ist es so Dass quasi Dass dann ein guter Shooter ist Aber dann werden halt die Rollenspiel Aspekte vernachlässigt Und ich finde Dass dieses Problem ist bei Vampire The Masked Bloodlines 2 Oder 1 Gott Dieser Name echt Ist es sehr virulent Du willst mir also sagen Dass also Nachdem ich eben Einen völlig validen Punkt gemacht habe Mit Ultima 7 Hat eine merkwürdige Draufsicht Warum sagst du immer Ultima? Sag doch mal Ultima Weil ich Weil ich total international bin Ja sag mal Ja dann sag Ultima 7 Aber du kannst nicht hier Irgendwie Den Weg Losgehen Und dann nicht zu Ende gehen Wirklich Das macht mich wahnsinnig Ultima 7 Oder Ultima 8 Äh 7 Nee Ist okay Ich habe schon keinen Bock mehr Du kannst nicht irgendwie Mit einem Bein In internationalen Gewässern stehen Und mit dem anderen Nicht So Egal Also Was willst du jetzt sagen? Ich habe schon ja vergessen Es ist auch egal Du hast mich vollkommen Aus dem Konzept gebracht Ja Das heißt Mindvolution Soccer Foul Ja Super Ich finde halt Während wirklich Ultima 7 Ein echt vergessenes Spiel ist Du hast es am Anfang Du hast es am Anfang schon gesagt Das Spiel war verbuggt Ja es war verbuggt Troika Games hat das Ist dann auch auf Pleite gegangen Hat nie wieder was gemacht Also es ist halt auch so Übrigens ein tolles Spiel Weil es eben von den Entwicklern Von Fallout kommt Ja Von Die ehemaligen Interplay Leute sind dann eben Zu Vampire The Masquerade Gewechselt Ähm Und zu Trucker Games Es ist aber ein Spiel Das heute noch so Sich eingebrannt hat In das Äh Die DNA Der Der Spielerschaft da draußen Dass da immer noch Fanpaches Für entstehen Bis heute Ist doch geil Ja genau Bei Ultima 7 eben auch Also dieses Exult Wird permanent weiterentwickelt Und wenn du halt dann Also ich finde halt So dieses Ding Das ist ein vergessenes Spiel Wenn du selber Ich meine Du hast selber ein Spiel Episode 7 Weißt du Es ist irgendwie Es ist irgendwie dasselbe Aber ich habe halt das Original Nominiert Aber du kannst dann nicht sagen Äh irgendwie das Original ist scheiße Wenn du ja quasi den Abklatsch Nominiert hast Verstehst du was ich meine? Ne Nein Nein Divinity Original Sin 2 Würde ich Verspreche ich dir Ist 5000 mal geiler Als Ultima 7 Alleine wenn ich mir Die Kampfmechanie An schaue Ist viel geiler Viel viel geiler Es ist Es ist ein hervorragendes Spiel Dass Ähm Die Äh Die Das Feuer in der Fackel Das Ultima 7 entzündet hat Weiterträgt Mhm Mhm Genau Sure So ist das Ja Also Ich habe ja Ähm Ich will was vorlesen Und zwar Ähm Ich mag ja Plädoyers Indem ich Dinge Dramatisch rezitiere Ja Äh Und ich würde jetzt gerne Eine Lesung anbieten Und zwar Die Lesung Der Unofficial Patch Notes Äh Für Äh Vampire Masquerade Bloodlines Die ganz frischen Äh Patches Von Wasp 5 Vom 20.1. 2021 So Also wirklich Jetzt ein Jahr Erst her Dass dieses Spiel nochmal gepatcht wurde Mit einem fetten Patch Und die Patch Notes lauten Wie folgt Made it easier to use Arthur's PC And added Look Up And Down Keys Fixed Finding Gums After Ming Fight And Game Sound At Beach House Removed Humanity Game For Johansson And added Needed One For Yuki Corrected Zulo Shape Vision Of Death Freeze And Bad Water Splash Improved Dragon's Breath Hit Effect And fixed More Weapon Details Fixed Physics Of Cheve's Sword And Glock 19 Model Thanks Norwin Gave Commando At the Foo Syndicate As Bass 15 To Fit Mandarin Line Removed Glock From Foo Syndicate And kept the SWAT entry door open Corrected Guards Magically changing Their Weapons Into Anacondas Und ich überspringe jetzt ein paar Kill Tenor On Reading Her Diary To Avoid Duplicate Quest Logs Also Das ist ein Spiel Liebe LGS Gemeinschaft Da draußen Das bis heute Bis heute Noch fleißig Gepatcht wird Bis heute Finden da Leute Noch Fehler Aber warum finden sie Fehler Weil sie dieses Verdammte Spiel Lieben Welches Spiel Das die Leute lieben Und nicht das Was die Leute Irgendwie Nostalgisch Verklärter Erinnerungen Haben Welt Vampire The Mask So wann Wann gibt es das auf Twitch Also so eine Live Lesung Christian Alt Liest live Patch Notes Aus Vampire Finde ich geil Ich hatte eben übrigens Eine andere Idee Für ein Twitch Format Für Wasted Aber das zählt hier gleich Okay Also Liebe Wasted Community Letztlich Brot Blut Statt Blut Gebt eure Stimme Der ultimativen Brotback Simulation Ultima 7 Oder wie die Fans auch sagen Ultima 7 Ich glaube Ich sage wahrscheinlich Nur Ultima Weil es klingt Wie Christian Alt Sehr schön Okay Einziehen soll Einziehen soll Ich mache dort Einen Thread Fertig Und wie ich Jahreszahlen verwechsel Und so weiter Und so fort Wenn ihr sagt Genau das ist es Das Nach so einem Format Habe ich mich schon immer Gesehnt Und ich habe mich Erst recht dafür Gesehnt Es weiterhin Zu ermöglichen Dann haben wir Ein attraktives Angebot für euch Ihr könnt uns nämlich Auf Patreon unterstützen Und damit ermöglicht Ihr dann nicht nur Dieses Format Sondern zum Beispiel Auch Schema F Oder Ein anderes Podcast Format Doomian Oder Portfolio Royale Was ich zusammen Mit der Yagoda mache Und was dann Für UnterstützerInnen Auch offen steht Genauso wie Wer hat den Gürtel Auch so ein Etwas LGS ähnliches Format Mit Christian und mir Ja Vielen Dank Fürs Zuhören Und wir Hören uns dann Zum nächsten Duell Ach Das nächste Duell Ist das mit den Sprachnachrichten Genau Wichtige Durchsage Also Ich habe auch Ein Forum Thread Dazu gemacht Da findet ihr Alle wichtigen Informationen Kurz Zusammenfassung Bis zum 1. Februar Um 23.59 Uhr Könnt ihr mir Eure Sprachnachrichten Schicken Für euren Kandidaten Und dann Werden wir auswählen Welche Community Picks Ins Rennen gehen Und damit an diesem Turnier Teilnehmen können Also wie gesagt Alle wichtigen Informationen Dazu im Wasted Forum So Jetzt bin ich aber Wirklich fertig Mit den ganzen Mitteilungen Danke fürs Zuhören Und wir hören uns Dann beim nächsten Mal Zu Last Game Standing Bis dann Ciao Ciao Ciao